Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2017 Kann ich mit dem Koffer an den Eis nehmen? Ja? Ja. Ja, die können Eistucker und Scholl an der Eis. Ja? Ja. 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 Kann ich ein Stück auf den Eis legen? Ja. Ja. Kann ich ein Stück auf den Eis legen? Ja? Ja. Ja. Kann ich ein Stück auf den Schall an der Eis legen? Ja? Ja. 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 Kann ich ein Stück auf den Schall an der Eis legen? Ja. 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 Kann ich ein Stück auf den Schall an der Eis legen? Ja. 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 Die Körnchen und die Körnchen und die Körnchen. Kann ich ein bisschen auf den Eis nehmen? Ja? Ja. 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 Kann ich jetzt auch schon an der Eis? Ja? Ja. 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 Kann ich auch schon an der Eis? Ja. Ja. Kann ich auch schon an der Eis? Ja. 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 Na, jetzt geht doch jetzt schon an der Eis. Ja? Ja. 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 Ich krieg so viel ins Gehirn. Ich kenne Eisbücher und schon an der Eis. Ja? Ja. Ich krieg so viel ins Gehirn. Ich kenne Eisbücher und schon an der Eis. Ja? Ja. Ich kenne Eisbücher und schon an der Eis. Ja? Ja. Ich krieg so viel ins Gehirn. Ich kenne Eisbücher und schon an der Eis. Ich kenne Eisbücher und schon an der Eis. Ja? Ja. Ja. Ich krieg so viel ins Gehirn. Ich kenne Eisbücher und schon an der Eis. Ja. 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 Ich kann nicht Eissruguay von der K Então bin really weiter. Ja. Ja. Vielen Dank. Aber ich krieg's uns ins Gehirn. Kenner, ich krieg's uns ins Gehirn. Ja? Ja. Aber ich krieg's uns ins Gehirn. Ja. Ja, ich krieg's uns ins Gehirn. Kenner, ich krieg's uns ins Gehirn. Ja? Ja. Es gibt noch einen Schall an der Eise. Kann ich ein bisschen auf den Eis legen? Ja? Ja. Kann ich ein bisschen auf den Eis legen? Ja? Ja. Ja. Aber ich krieg's so schön, es gibt hier... Ja. 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 Ich fliege so vor, dass es geht. Ich kenne ein Stücker und schon an der Eis. Ja? Ja. Ich fliege so vor, dass es geht. Ich kenne ein Stücker und schon an der Eis. Ja? Ja. 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 Ich kenne ein Stücker und schon an der Eis. Ja? Ja. 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 Ich kenne ein Stücker und schon an der Eis. Ja? Ja. Ich kenne ein Stücker und schon an der Eis. Ja. 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 Ich kenne ein Stücker und schon an der Eis. Ja. 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 Ja, ich krieg so viel ins Bier. Ich kenne ein Stickerhutschfall an der Eis. Ja? Ja. Ja, ich kenne ein Stickerhutschfall an der Eis. Ja? Ja. Ja, ich kenne ein Stickerhutschfall an der Eis. Ja? Ja. Ich kenne ein Stickerhutschfall an der Eis. Ja. Ja. Ich kenne ein Stickerhutschfall an der Eis. Ja? Ja. 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 Ja, ich kenne ein Stickerhutschfall an der Eis. Ja? Ja. 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 Die Köln ist super und voll an der Eis. Kana ist dicker Rutsch von Lande Eis. Ja, kann ich auf den Eis legen? Ja. 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 Ich kenne ein Zucker und entfallen an der Eis. Ja? Ja. Ich kenne ein Zucker, ein Schmerz, das ist eins. Ja. Die Kinder, es liegt doch schon an der Eis. Ich bin ein Stück weit voll an der Eis. Ja. Ja. Kann ich ein Stück da mit Scholl an der Eis? Ja? Ja. 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 Kann ich ein Stück da mit Scholl an der Eis? Ja? Ja. Kann ich ein Stück da mit Scholl an der Eis? Ja. Ja. Ja? Kann ich ein Stück da mit Scholl an der Eis? Ja. Ja? Ja. 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 Das ist das Gehirn. Die Kinder heißt Zucker und Scholle an der Eiste. Ja? Ja. Die Köln ist super toll an der Eis. Ja, ich klicke mich voll an der Eis. Ja? Ja. Ja. Ich fliege es hin und es ist kapiert. Ich kenne ein Stücker und schon an der Eiste. Ja? Ja. Ich fliege es hin und es ist kapiert. Na, ich kenne ein Stücker und schon an der Eiste. Ja? Ja. Wow. Denken heißt es gut und schon an der Eis. Can I stick the torch on the ice today? Ja? Ja. Can I stick the torch on the ice today? Ja? Ja. Can I stick the torch on the ice today? Yeah, yes. Ja. I think the notorious ice today can be used for the Es geht so gut, es geht so gut, es geht so gut. Kann ich auf den Eis legen? Ja. 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 Kann ich auf den Eis legen? Ja? Ja. 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 Kann ich auf den Eis legen? Ja. 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 Aber ich krieg's uns hin und sie kriegt nicht. So. Ja. Ja? Ja. 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 Bila ist gut, dochpäck Vom Salande ist hier. Ja côгу? Ja. Ja. Nah-oh. Ja? Guttgart DC Hotline 30. Kann ich ein bisschen auf den Eis legen? Ja? Ja. Ja? Kann ich ein Stück damit schon an der Eis legen? Ja? Ja. 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 Kann ich ein Stück damit schon an der Eis legen? Ja? Ja. 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 Kann ich ein Stück damit schon an der Eis legen? Ja. 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 Can I stick the Hotschall on the ice? Yeah. Can I stick the Hotschall on the ice? Yeah. Can I stick the Hotschall on the ice? Yeah? Yeah. Yeah. Can I stick the Hotschall on the ice? Yeah. Yeah. Can I stick the Hotschall on the ice? Yeah? Yeah. 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 Ich kriege so viel mit ins Gebirge. Kenna, es geht doch heute schon an der Eis. Ja? Ja. Ich kriege so viel mit ins Gebirge. Ich kriege so viel mit ins Gebirge. Can I stick the outro an der Eis? Ja? Ja. 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 Ich kriege so viel mit ins Gebirge. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Kann ich auf den Eis legen? Kann ich auf den Eis legen? Ja? Ja. Kann ich auf den Eis legen? Ja? Ja. Nein! Kann ich auf den Eis machen? Ja! Kann ich auf den Eis legen? Ja! Ja? Kann ich sie kurz an den Eis geben? Ja? Ja. Ja. Das geht so fest. Es geht hier. Ja. Ja. Vielen Dank. Wenn ich das jetzt mal auspüren kann, dann kann ich das jetzt mal an der einen stehen. Ja. 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 Wir haben die erste Pfeil im Stichwort Einmal Der Der Was Der 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 Es geht doch nicht voll an der Eisdüge. Ja? Ja. Es geht doch nicht voll an der Eisdüge. Ja? Ja. Es geht doch nicht voll an der Eisdüge. Ja so... Es geht doch nicht voll an der Eisdüge. Aber es geht nicht voll an der Eisdüge. Ja? Ja, es geht nicht voll an der Eisdüge. Ja. Aber es geht doch nicht voll an der Eisdüge. Ja? Ja. Ja. Kann ich auch mal auf den Eis nehmen? Ja? Ja. Die Kölner ist super gut von der Eis. Das ist voll an der Eisdügel. Ja? Ja. 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 Das ist eine große Herausforderung. Ich kriege sie zu uns, es gibt gerne. Kann ich die Ecke auf den Eis nehmen? Ja? Ja. Ich kriege sie zu uns, es gibt gerne. 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 Musik Ich kriege sie zu uns, es gibt gerne. Kann ich ein bisschen auf den Eis nehmen? Ja? Ja. Kann ich ein Stück Doppelzoll an den Eis geben? Ja? Ja. Kann ich ein Stück Doppelzoll an den Eis geben? Ja? Ja. Kann ich ein Stück Doppelzoll an den Eis geben? Ja? Ja. Kann ich ein Stück Doppelzoll an den Eis geben? Ja. Ja, das ist gut. Können wir ein Stück auf den Eis gehen? Ja? Ja. Ja, kann ich mit dem Füchel an den Eischen geben? Ja. 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 Kann ich mit dem Füchel an den Eischen geben? Ja? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich krieg's jetzt unten ins Gehirn. Ich kenne ein Stück da und schon an der Eis. Ja? Ja. Ich krieg's jetzt unten ins Gehirn. Ich kenne ein Stück da und schon an der Eis. Ja? Ja. Ja. Ich krieg's jetzt unten ins Gehirn. Ich kenne ein Stück da und schon an der Eis. Ja? Ja. Ich krieg's jetzt unten ins Gehirn. Ja. Ich kenne ein Stück da und schon an der Eis. Ja? Ja. Ja. Ich kenne ein Stück da und schon an der Eis. Ja. Ja? Ja. Ich kenne ein Stück da und schon an der Eis. Ja? Ja. Ja, ich gucke euch schon an der Eis. Ich kriege es unten, es gibt gerne. Es tut doch mit Schall am Eis. Ja? Ja. Ich kriege es unten, es gibt gerne. Ich kriege es unten, es gibt gerne. Ich kriege es unten, es gibt gerne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Kälte ist voll an der Eis. Kann ich ein Stück Doppel an den Eis nehmen? Ja. 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 Kann ich ein Stück Doppel an den Eis nehmen? Ja. Ja. Kann ich ein Stück Doppel an den Eis nehmen? Ja. Ja? Ja. 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 Can I stick the Hutscholl on the ice? Ja? Ja. Can I stick the Hutscholl on the ice? Ja? Ja. Can I stick the Hutscholl on the ice? Ja? Ja. Ja. Can I stick the Hutscholl on the ice? Man is that very nice, the Hutscholl on the ice with a little ice. Yes? Ja. Aber ich krieg's jetzt hin und es gibt ja noch... Ich kenne ein Stickerhutschfall an der Eis hier. Ja? Ja. Aber ich krieg's jetzt hin und es gibt ja noch... Ich kenne ein Stickerhutschfall an der Eis hier. Kann ich ein Stickerhutschfall an der Eis hier? Ja? Ja! Kann ich ein Stickerhutschfall an der Eis hier hier? Das Blicating-Gaden ist kaputt. Es geht doch heute schon an der Eis. Ja, ich kann es nicht so gut machen, aber ich kann es nicht so gut machen. Ja. 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 Vielen Dank.